Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu The Last of Us. Wir haben dieses eine Hochhaus hinter uns, wo die ganzen Klicker und die anderen Spinner drin waren. Und hatte ich das nicht schon genommen? Egal, wir nehmen es nochmal. Stimmt ja, das mit dem Molotow-Cocktail hatten wir ja schon in der letzten Folge. So, Wasser hat er auch noch, oder Alkohol. So, wunderbar. Haben wir den mal ein bisschen ausgenommen. Hier liegt noch ein Steinchen. Alles wunderbar. Wir sollen jetzt hier irgendwo hoch, wa? Stimmt. Hier war auch noch jemand. Hatte ich das nicht schon gelesen gehabt? Firefly-Karte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, triff dich mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Mädchen, 1,60. 14 Jahre alt, rothaarig. Okay. Hier hoch kommen wir definitiv nicht. Wo sind denn meine Mädels? Da. Was willst du denn da oben? Da können wir doch nicht lang. Komm mal mit. Hier müssen wir lang. Oh Gott. Klicker. Okidoki. Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Ok. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Ok. Oh mein Gott. Na, ich hab noch zwei Messer. Und zack. Fuck. Ja? Da hinten liegt noch ein Stein. Oh, fuck. Das ist aber kein Klicker. Ich glaube, ich mach mal kurz das Lämpchen. Aus. Danke. Hör auf zu schreien. Wunderbar. So, Klicker sind ja schön blind. So. Leise, leise, leise. Liegt hier noch anderes Zeug außer Flaschen? Ach, guck mal, da ist eine Stange. Na, an Heilung bin ich voll. Also, erschlagen kann ich den Klicker nicht. Das wissen wir jetzt. Ah, hier ist was drin. Da, Munition bin ich voll. Nachricht an Derek. Ah, ja. Derek von der Buchhaltung lässt uns einen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. Drei, vier, drei, sieben, acht. Okay. Das war voll. Ansonsten lag hier nichts weiter, oder? Liegt da was? Nee, sah nur so aus. Okay. Oh, mein Gott. Hi. Weg mit dir. Oh, nehme ich. Du bist kein Klicker. Oder? Ich denke nicht. Nein, kein Klicker. Läuft doch ganz gut, wa? Ich guck mal, ob ich Messer herstellen kann. Ah, nein, kann ich nicht. Okay, bei den nächsten Klickern... Naja, müssen wir anders auskommen. Was haben wir hier? Nichts! Wunderbar. Hier ist überall nichts drin. Verdammt. Noch mehr Klicker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da liegt nur noch eine Flasche. Da ist er. Dem können wir aber wunderbar ausweichen, ne? Oh Gott, da sind gleich zwei. Ganz leise. Komme ich von hier? Ich glaube ja. Oh, WTF. Hi. Fass mich bloß nicht an. Ja, dann halt doch die Klappe. Was liegt denn da? Ach, eine Flasche. Ich gehe mal hier weiter. Oh Gott. Wer will hier rein? Oder auch nicht? Leise. Ist das ein Klicker? Das ist kein Klicker, oder? Wie soll ich denn da von hinten rankommen? Hm. Okay. Gott, bin ich angespannt. Leute, Leute, Leute. Lämpchen wieder an und hier reingeschaut. Nehm ich. So, was haben wir hier noch? Nehm ich. Oh, Tess. Erschreckt mich nicht. Oh, was für Schere basteln. Aluhol sind wir voll. Komm, Klinge. Können wir doch ganz gut gebrauchen. Davon haben wir zwei. Davon habe ich einen. Ja, ich mache dafür mal noch einen. Und kann dafür, dass wir einsammeln. Da ist noch eine Flasche. Okay. Okay, okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier nicht. Bestimmt da lang. Da gibt es doch bestimmt noch was zu holen. Elli. Ja. Ja. Ich finde es geil, wie meine Mitstreiter einfach dran vorbeilaufen und die stoßen und hasse nicht gesehen. Gibt es hier nichts. Schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass es hier was gäbe. Okay, dann weiter. Da ist noch ein Klicker. Ja. Ich glaube, der muss da weg. Ich glaube, der muss da wegnehmen. 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 Ja. Ja, lauf ihn doch in die Fresse, Tess. Machen wir es so. Ihr habt mich nicht gehört, ne? Okay. Da will ich hoch. Leise. Mann. Mädel. Ja, geh. Joel. Danke. Oh, bloß weg hier. Ah. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, leider hält es nicht ewig. Aber puh, geschafft. Gott sei Dank. Und es wird... Wird es langsam hell? Nee, ich glaube nicht. Obwohl, es ist schon relativ hell. Mann, oh Mann. Das ist, wo wir gehen, Tess. Kapitalbildungen sind in dieser Richtung. Diese Richtung? Alles klar. Gibt es hier noch was? Ah, guck mal. Was müssen wir... Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Whoa, 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 whoa. Ich sollte abhauen. Ups. Molotov-Experte. Ja, natürlich. Hahaha. Das... Ich dachte, ich hätte die Knarre gezückt. Das bedeutet, dass es mehr in der Region gibt. Wir müssen gehen. Mann, oh Mann. Ja, so kann es kommen. So, können wir hier irgendwie hoch? Müssen wir hier hoch? Tess sagte ja in diese Richtung, aber... Oder irgendwie durch dieses Gebäude. Hier so, das wegmachen? Nein? Tess? Das kann ich verschieben. Nee, komm schon. Bisschen starker Mann. Wo schiebe ich es überhaupt hin? Ich dreh mal. So. Raus damit. Joel, mach das vernünftig. Wunderbar. Häppchen. Häppchen. Okay. Da müssen wir anscheinend durch? Joel, over here. Ja, 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 ja. Lass mich doch nur mal umgucken. Ja, komm, 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 komm. Halten soll ich. Nicht drücken. Ich bin doch manchmal ein Specht. Schnell rein da. Schnell rein da. What? What, 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 what? Woopi! Hoffentlich sind hier nicht noch mehr. Oh, Mann. L3. L3. Oh, Werkbank. Werkbank. Damit beschäftigen wir uns noch kurz. Aber erst hören wir zu. Ja, ich würde rausgehen. Ich würde rausgehen. Ich war in diese Militär-Bördung-School. Sie würde rausgehen? Ja, ich würde rausgehen. Ich war in der Mall, als ich mich in die Infected. Das Ort ist komplett auf dem Weg. Wie warst du da? Ich hatte meine Wände. Ich hatte die Infected. Ich hatte meine Wände. Ich hatte die Infected. Ich hatte die Infected. Ich hatte die Infected. Und das war das. kümmern wir uns mal hier rum. Oh, wir könnten eine Pistole herstellen oder eine Langwaffe. Aha. Ah. Ah, da fehlt uns ein Werkzeug für. Das ist ja interessant. Ah, Nachladetempo. Das finde ich gut. Schussfolge. Kapazität. Wir können, glaube ich, nur maximal 99 Teile sammeln, ne? Und den Rest haben wir noch nicht freigeschaltet. Ja, cool. Ja, cool. Nachladen hätte ich gerne schneller. Danke. Hm? Werkzeuge? Ach so, für das nächste Level quasi. Das mache ich hier auch mal. Schussfolge hätte ich gerne mehr. Und dann machen wir das hier mal. Na komm, das auch noch. Warum nicht? Na? Okay. Cool. Ja, das ist gut. Das ist gut. Würde ich auch sagen. Und ich würde auch sagen, ich beende diese Folge hier. Mal sehen, wo es das nächste Mal dann weitergeht. Oh, guck mal, wir können hier rein. Oh, nehm ich. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und dann bis zum nächsten Mal. Mit hoffentlich vielleicht weniger Infizierten. Wer weiß. Aber hey, ist das spannend. Also ich habe da totalen Nervenkitzel bei. Bis dann. Um. Bis dann. Das ist 8. Vielen Dank.